BR 2018 Hände hoch und keine Bewegung, dann passiert nix. Los, alle dahinter. Und weh, einer bewegt sich. Ja okay, du darfst essen, aber macht keinen Fehler. Schon passiert, der ist lieber Casimi mit Ketchup. Schnauze! Los, und du packst mir alles in die Tasche ein. Nettes Kleingeld, eine Leona-Wuja. Wie bitte? Eine Million-Wuja. Eine Leona, eine Paprika-Leona. 200 Gramm in kleinen Scheiben, aber ein bisschen flott. Kein Stress, ist ja schon aufgestanden. Wird's ein bisschen mehr da sein? Ja, von mir aus. Und zwei Leberkassen wie Bugsbein, aber zackig. Wenn's einem zu langsam geht, überfallen's wie der McDonalds. Schnauze! Meinst du, mich krasst du gar nix? Ja komm, jetzt mach. Ja. Mir präsiert's, schick dir ein bisschen. So. Dann. Das wären jetzt. 4,20. Und die Semmeln, das macht dann ... Das dauert mir alles viel zu lang. Da. Stimmt schon. Widerschauen. Und einen Gurten. Einen Gurten. Einen Gurten. So, hab ich uns wieder die Mittagspause gerettet. Ich steig mich doch da nicht an wie der Depp, oder? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja.